Hey, ich bin's, das Kältchen. Und das ist die Waldheide. Nur drei Kilometer östlich von Heilbrons Stadtzentrum liegt dieses Naturdenkmal. Mit schönen Wanderwegen und seltenen Pflanzenarten. Die Waldheide war im 19. Jahrhundert ein Truppenübungsplatz und wurde während des Kalten Krieges von der US Army als Raketenabschussbasis für Pershing-2-Raketen genutzt. Heute erinnert nur wenig an die militärische Vergangenheit. Das 4,5 Hektar große Areal wurde renaturiert und ist ein beliebtes Ziel für Ausflüge.